so freunde was geht ab ich hoffe ich gehe zu oben also heute ist es mal thema dann müssen wir mal ein video machen freunde das nichts belastet mich aber es ist extrem passiv sagen wir es mal so ich bin heute morgen also ich bin gestern nacht mit meiner kollegen gewesen die ganze nacht hab gechillt ist das und dann auf einmal freunde auf einmal fährt mich da gut von ihr mich heim und dann sehe ich einfach nur wie ein psychischer ppp vom fenster bücher glas sonstiges was einfach richtig kaputt geht schwörs euch freunde kein joke auf ihre frau wirft aber nicht getroffen wohl sie kann voran noch mal trifft man das aber er ist sehr alt dass demenz krank hat mir dann jemand gesagt spiel lassen so was und deswegen war ich glaube in der story heute krankenwagen da und die polizei deutschland sie gestern knapp verloren kurz noch gewonnen das ist krank das macht dich schon psychisch krank dann bekommst du um 9 uhr heim mit schlafen so was also pipi was macht da was ist los bei dem ich weiß der ist alt er kann das nicht alter der was ist los mit dem dir denke alter da muss ich bin doch generell die ganze wohnen putzen muss was für saubereien freunde aber man denke ich echt hatte deswegen war auch der krankenwagen da und polizei alles und wollte noch foto machen mit polizei wo ich auch noch video machen gestern wie deutschland gefeiert auf der straße habe ich auch noch fotos gemacht mein handy war leer deswegen tut mir leid aber nächstes mal wieder und deswegen wollte polizei auf foto machen wo mein handy war aber leer eben kommen die ganze nacht was kommt deswegen war ich heute nacht nicht online gestern nacht auf heute und heute bin ich ja später auch heim gekommen deswegen ja das macht man einfach nicht und dann haben sie dann mitgenommen ich hoffe du bleibst für immer eingesperrt ich schaue alles alter ich will dich nie mehr sehen da habe ich andere kommen also ich habe mir richtig beleidigt du komm raus du knecht ich habe gleich einer hat er mich richtig aufgeregt hat er freunde was ist mit der welt los was los und die ganzen leute standen alle hier dahinten und der kollege hat die freunde hat auch gedacht warum kommst du nicht weil der wollte mich nur heim bringen und komm mal wieder nach hause zu ihr und die hat auch gedacht warum braucht er so lange genau so was warum heute warum am eigenen sonntag die leute stehen alle auf freundlich ich kann dazu nichts mehr sagen ich bin geschockt schreibt mir die kommentare ob das noch normal ist oder nicht alter ich sag wieder schon mal egal wir sehen uns natürlich gleich beim nächsten video